Die alte ägyptische Zivilisation begann vor etwa 7000 Jahren. Es mag schwer zu glauben sein, aber auch in jenen Zeiten hatte Ägypten Gesetze und Regeln, ähnlich wie wir sie heute haben. Aber während sie einerseits humane Praktiken wie Gleichberechtigung für Frauen und alle sozialen Klassen hatten, hatten sie andererseits Stapel von amputierten Gliedmaßen, Köpfen und Phallusdarstellungen, die zeigten, wie rücksichtslos und kalt ihr Justizsystem sein konnte. Willkommen auf unserem Kanal, und lassen Sie uns herausfinden, wie Gesetze und Strafen im alten Ägypten aussahen. Lokale Gesetze Die ersten Gesetze Ägyptens entstanden, als die Ober- und Unterägypten unter König Menes um 2950 v. Chr. vereint wurden, auch bekannt als der Beginn des Alten Reiches. Die lokalen Gesetze während des Alten Reiches und des Mittleren Reiches Ägyptens waren eine private Angelegenheit. Die Ordnung wurde von den örtlichen Beamten aufrechterhalten, die ihre eigenen privaten Wachen hatten, ganz ähnlich wie die sieben Königreiche ihre jeweiligen Armeen in Game of Thrones hatten. Es gab zwei Arten der Verfolgung bei Verletzung der moralischen Normen, die erste war das religiöse Gericht der Unterwelt, wo der Verstorbene vor Osiris für seine Taten verhandelt wurde, und die zweite war ein Zivilgericht, in dem die Disziplin der Gemeinschaft durchgesetzt wurde. Die meisten rechtlichen Angelegenheiten wurden vom Visier, der rechte Hand des Pharaos, kontrolliert. Die Strafjustiz erforderte eine Hierarchie im Justizsystem, abhängig von der Schwere des Vergehens. Die abscheulichsten Verbrecher konnten nur vom Pharao gerichtet werden, oft mit dem Visier, der die Untersuchung leitete und sich an den Pharao zur endgültigen Entscheidung wandte. In einigen Fällen ernannte der Pharao eine spezielle Kommission mit uneingeschränkter Autorität zur Urteilsfindung. Bestrafungen für schwerwiegende Verbrechen umfassten Strafarbeit und Hinrichtung, während Verstümmelung und Auspeitschung oft dazu verwendet wurden, Straftäter geringerer Vergehen zu bestrafen. Das örtliche Gericht oder Kenbit setzte sich aus Gemeindeleitern zusammen, die die Fälle anhörten und entschieden, wer schuldig und wer unschuldig war. Das Jet Yard oder das kaiserliche Gericht wurde vom Visier geleitet, der der höchste Richter war, solange wir den Pharao nicht mitzählen, aber die meisten Gerichtsfälle wurden von niedrigeren Magistraten bearbeitet. Obwohl es in jeder Stadt ein Verwaltungsgebäude namens Gerichtshäule gab, konnte das Gericht praktisch überall abgehalten werden, sogar auf dem Markt oder auf der Straße. Es gab keine Anwälte oder Berufungen, die Priester des Amun waren diejenigen, die das Urteil fällten, da die Menschen ihnen vertrauten, um eine gerechte Anhörung zu gewährleisten und das richtige Urteil zu sprechen. Dies war eine bürokratische Rechtsprechung. Anstatt Beweise und Zeugenaussagen abzuwägen, berieten sich die Priester mit ihrem Gott, um zu einem Urteil zu gelangen. Sie können sich vorstellen, wie gerecht dieses System gewesen sein muss. Während des Mittleren Reiches, das um das 20. Jahrhundert vor Christus gegründet wurde, wurde die Justiz zu einem rationaleren und logischeren Paradigma in der zeitgenössischen Welt. Berufliche Richter leiteten die Gerichte, und das Justizsystem funktionierte auf der Grundlage von Vernunft und Ursache. In dieser Zeit entstand auch die erste professionelle Polizei, die das Gesetz durchsetzte, Verdächtige in Gewahrsam nahm und vor Gericht aussagte. Später, mit dem Beginn des Neuen Reiches, übernahm Ägypten die Idee einer zentralisierten Polizei, die sich aus den nubischen Verbündeten Ägyptens, den Medje, entwickelte. Diese überlegenen und besser organisierten Polizeibeamten waren mit Stäben, Hunden oder Pavianen ausgestattet, um Kriminelle zu fassen. Sie waren stolz darauf, den Pharaonen als Wächter Ägyptens zu dienen, und in ihrer Polizeiarbeit standen weder Reiche noch Arme über dem Gesetz. Strafgesetzbuch Obwohl die Bestrafung von Straftätern drakonisch sein konnte und aus moderner Sicht als barbarisch erscheint, war das ägyptische Recht dennoch bewundernswert in seiner Unterstützung grundlegender Menschenrechte. In der antiken Ägypten gab es zwei Arten von Verbrechen. Die erste Art wurde gegen die Gemeinschaft begangen, wie Mord, Ehebruch, Diebstahl von persönlichem Eigentum, und Verbrechen gegen den Staat, wie Bestechung, Verrat, Diebstahl von öffentlichem Eigentum und jede Art von Verbrechen gegen religiöse Institutionen. Bürger, die eines Verbrechens schuldig waren, waren einer Strafe ausgesetzt, die von der Beschlagnahme von Eigentum über Prügestrafen und Verstümmelungen bis hin zum Tod ohne angemessene Bestattung reichte. Der Tod ohne angemessene Bestattung galt als das schlimmste Schicksal, da die Ägypter glaubten, dass eine angemessene Bestattung für den Eintritt ins Jenseits unerlässlich war, daher war die Androhung dieser letzten Strafe eine wirkungsvolle Abschreckung. Korruption Eine der Gründe, warum Ägypten als Zivilisation so lange überlebte, war die Null-Toleranz-Politik gegen Korruption. Eine der schwerwiegendsten Straftaten in der staatlichen Verwaltung war die Bestechung. Sie wurde durch die Absetzung vom Amt und die Herabsetzung des sozialen Status eines Bauern bestraft. Andererseits bestand die Strafe für den Diebstahl von Eigentum von Einzelpersonen darin, eine Geldstrafe in Höhe von zwei- oder dreifacher Höhe des gestohlenen Objekts zu zahlen und für den Diebstahl von öffentlichem Eigentum würde der Dieb bis zu 180 Mal die Anzahl der gestohlenen Materialien zahlen. Der Beschuldigte wurde angewiesen, die gestohlenen Güter nach einem vollständigen Geständnis zurückzugeben. Aber das war nicht das Ende ihrer Strafe, denn sie waren Gegenstand von Prügel. Hundert Schläge von Hand gefolgt von der Verpflichtung des Schuldigen, einen Eid abzulegen. Diese gesamte Strafe wurde öffentlich vollstreckt, um den Täter zu demütigen und sicherzustellen, dass er dies nie wiederholte. Und wenn sie es doch taten, wurden wiederholte Straftäter in den Fluss geworfen, um zu einem köstlichen Mal für Krokodile zu werden. Ehebruch Basierend auf den Inschriften von Annie, dem Bulag Papyrus und dem Lied Papyrus verurteilte das alte Ägypten den Ehebruch und betrachtete ihn als strafbar mit dem Tode, wenn eine Beschwerde vom Ehepartner der am Ehebruch beteiligten Person eingereicht wurde. Wenn Mann des Ehebruchs schuldig befunden wurde, bietete der Beschuldigte um den Tod durch Verbrennung, da die Alternative zu dieser Strafe die Verstümmelung ihrer Genitalien war. Die sexuelle Verletzung galt als ebenso abscheuliches und verwerfliches Verbrechen. Die alten Ägypter hatten eine klare moralische Haltung gegenüber sexuellen Vergehen, Belästigung und sexuelle Übergriffe wurden als schwerwiegendere Verbrechen betrachtet. Gemäß dem Moral Papyrus, der sich heute im Britischmuseum befindet, wurde jede Schädigung einer Frau mit schwerer Strafe geahndet. Todesstrafe Die alten Ägypter schätzten die Heiligkeit des Lebens und respektierten sie. Aus diesem Grund verwendeten sie die Todesstrafe ausschließlich, um die Heiligkeit nicht zu verletzen. Deshalb wurde die Strafe für das Töten eines Menschen zwischen Mord und Totschlag aufgeteilt. Dies war für die damalige Zeit ziemlich human, aber gleichzeitig musste ein Beispiel statuiert werden, um die Nicht-Einhaltung der Todesstrafe zu verhindern. Die Todesstrafe galt für vorsätzlichen Mord und griff sogar auf psychologische Sanktionen zurück, die als härter angesehen wurden als die Hinrichtung. Was fahrlässige Tötung betrifft, gab es keine spezifische Strafe, da der Täter sein Haus nicht betreten dürfte, bis er sich von der Sünde gereinigt, Opfer dargebracht, um Vergebung von der Familie des Opfers gebeten und angemessene Entschädigung geleistet hatte. Die Strafe ließ auch diejenigen nicht ungeschoren, die den Mord vertuschten oder Informationen über das Verbrechen zurückhielten, da sie vor Richter treten mussten, und wenn sie für schuldig befunden wurden, blieben sie an ihrem Platz und nahmen sich das Leben. Jeder, der ein Tier mit symbolischer religiöser Bedeutung absichtlich tötete, wurde hingerichtet. Hochverrat und Verrat waren andere Verbrechen, für die die höchste Strafe reserviert war. Verrat wurde mit höchstem Huhn behandelt und endete fast immer mit dem sicheren Tod. Je näher der Täter dem Pharao stand, desto höher waren die Chancen, dass sie ihren Kopf verlieren würden, wenn sie für schuldig befunden wurden. Und wie im Fall der meisten solcher Verbrechen gab es keine Gräberprivilegien oder Rechte für die Bestraften. Grabklünderung Grabklünderung galt als das schwerwiegendste aller Vergehen im alten Ägypten, und deshalb bedeutete das Erwischtwerden praktisch, von Krokodilen verschlungen oder zu Tode gespießt zu werden. Wenn das Grab einer königlichen Persönlichkeit wie eines Königs, einer Königin oder eines Prinzen gehörte, gab es kein Entkommen vor dem Tod. In anderen Fällen sah das Gesetz Ausnahmen vor, sie schnitten einfach den Händen der Straftet ab. Ziemlich gnädig, oder? Im Gegensatz zur modernen Welt glaubte das alte Ägypten, dass ein Verdächtiger schuldig war, bis das Gegenteil bewiesen wurde, was das Leben für jeden, der einer Straftat beschuldigt wurde, sehr schwierig machte. Und sie würden es nicht glauben, aber selbst nachdem sie für unschuldig befunden wurden, hörte es nie auf, insbesondere in den früheren Königreichen. Und die Tortur beschränkte sich nicht nur auf den Verdächtigen allein, auch die Zeugen wurden einbezogen und selbst sie wurden brutal geschlagen, um sicherzustellen, dass sie die Wahrheit sprachen. Sobald jemand eines Verbrechens angeklagt wurde, selbst wenn man schließlich für unschuldig befunden wurde, wurde der Name als ehemaliger Verdächtiger aufgezeichnet. Als solches scheint die öffentliche Schande ebenso abschreckend gewesen zu sein wie jede andere Strafe. Selbst wenn man vollständig von jeglichem Fehlverhalten freigesprochen wurde, wäre man immer noch in seiner Gemeinschaft als ehemaliger Verdächtiger bekannt. Eine falsche Anschuldigung wurde als schweres Vergehen betrachtet, und zwar nicht nur, weil sie einen unschuldigen Bürger in Verruf brachte, sondern weil sie die Wirksamkeit des Gesetzes in Frage stellte. Das Gesetz wurde weitgehend als von der Göttin Maed abgeleitet angesehen, der Göttin der Gerechtigkeit, der Tugend und der Weisheit. Wenn eine unschuldige Person von einem System bestraft werden könnte, das einen göttlichen Ursprung beanspruchte, dann war entweder das System falsch oder die Götter, und die Behörden hatten kein Interesse daran, die Menschen über diese Punkte debattieren zu lassen. Also, was denken Sie? Würden Sie es wagen, das Risiko einzugehen, im alten Ägypten ein Verbrechen zu begehen? Sagen Sie es uns in den Kommentaren. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, sehen Sie sich dieses Video über die Strafen im antiken Griechenland an. Oder wenn Sie mehr ägyptische Inhalte möchten, schauen Sie sich gruselige Dinge an, die im alten Ägypten normal waren. Und wie immer, vielen Dank für das Ansehen unseres Videos. Und wie immer, vielen Dank für's Zuschauen.